Dermostetik Hydroaktiv ist eine Feuchtigkeitsserie auf der Basis von Hyaluronsäure. Feuchtigkeit braucht jede Haut und deshalb ist diese Serie auch für jede Haut so gut geeignet. Vielleicht ist die Situation bei Ihnen folgendermaßen im Salon. Ihre Friseurtermine haben Sie Minuten genau durchgetaktet. Es passt keine Zusatzleistung mehr dazwischen, weil schon der nächste Kunde auf Sie wartet. Wenn Sie Ihren Kunden trotzdem ein Pflegeerlebnis bieten möchten, dann empfehle ich Ihnen zum Beispiel einmal die Zeit der Schnellhaarpflege zu nützen. Dehnen Sie die zwei Minuten Einwirkzeit einfach auf fünf Minuten aus. Wie das schnell und einfach geht, das sehen Sie jetzt. Wir möchten Ihnen heute etwas ganz besonderes anbieten. Eine Erfrischung für das Gesicht mit Hyaluronsäure. Das dauert nur wenige Minuten und da Sie nachher auch eine Schnellhaarpflege bekommen, können wir die Einwirkzeit dafür nützen. Ihre Haut fühlt sich hinterher richtig schön frisch und prall an. Das Augen-Make-up, das bleibt und den Tank dem Frischen innen nachher wieder auf. Haben Sie Lust? Ja, klar. Ja, sehr schön. So, Ihre Schnellhaarpflege wirkt jetzt ein und diese Zeit nützen wir jetzt für unsere Hyaluronsäurebehandlung. So, Sie erleben jetzt eine Schaumparty für die Haut. Das ist ein ganz besonderer Reinigungsmus, der ist so sanft, damit können Sie sogar Ihr Augen-Make-up entfernen. Er reinigt auf der Basis von Zuckerrübenextrakt und Reisproteinen. Damit reinigen Sie die Haut sehr gründlich, aber ohne auszutrocknen. So, ich nehme den Reinigungsschaum jetzt ab. Zu Hause können Sie selbstverständlich einfach auch nur mit Wasser abspülen. Und trockne die Haut. Passt nach mit dem Papiertuch. Und jetzt kommt als nächstes das Multimineral-Cocktail mit Hyaluronsäure. Das wirkt wie Yoga für die Haut. Die Haut wird sofort mit Energie versorgt und kann die nachfolgenden Wirkstoffe auch viel besser aufnehmen. So, als nächstes trage ich Ihnen das Hyaluronsäurekonzentrat auf. Das enthält unter anderem die gleiche Hyaluronsäure, wie sie auch für die Falten unter Spritzung verwendet wird. In nur zwei Stunden haben Sie eine Steigerung der Hautfeuchtigkeit um 78%. Ihre Haut ist sichtbar, frischer und praller. Gut. Und nun erleben Sie eine neue Generation an Feuchtigkeitscreme. Das Besondere daran, sie regt die haut-eigene Feuchtigkeitsspeicherung wieder an. Und Ihre Haut fühlt sich richtig schön frisch an. Die gibt es auch mit Balancepigmenten. Ich verwende jetzt bei Ihnen den Farbton Soleil. So, wie fühlt sich das an für Sie? Super. Da Ihre Haut so durstig war und die Pflege richtig schön aufgesaugt hat, empfehle ich Ihnen, das Hyaluronsäurekonzentrat auch in Ihre tägliche Pflege zu integrieren. Und das ist die Feuchtigkeitscreme der neuen Generation. Ich lasse es Ihnen mal da als Information. Ich möchte Ihnen die Produkte nochmal hier zeigen, die wir verwendet haben. Das war der Mousse, mit dem ich Ihre Haut gereinigt habe, das war das Multimineral-Cocktail und das war das Hyaluronsäurekonzentrat. Das ist die Feuchtigkeitscreme, die gibt es ohne Pigmente, die gibt es aber auch mit Balancepigmenten. Bei Ihnen habe ich den Farbton Soleil verwendet. Und dann gibt es aus der Serie auch Hyaluronsäurekapseln als 7-Tage-Kur oder auch als 60er-Einheit. Sie werden sehen, viele Ihrer Kundinnen werden mindestens ein Produkt kaufen. Bitte tragen Sie die gekauften Produkte in die Betreuungskarte ein, damit Sie beim nächsten Besuch nachfragen können, wie sind Sie mit den Produkten zurechtgekommen. Welche Veränderungen haben Sie wahrgenommen? Wenn Sie eine kostenpflichtige Dienstleistung machen möchten, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, eine Gesichtsmassage zusätzlich zu machen. Sie suchen Hilfe bei der Preiskalkulation? Im Professional-Bereich unter der Rubrik Dienstleistungsmarketing finden Sie das Kosmetik-Dienstleistungsspektrum Kosmetik im Salon. Sie suchen Werbematerialien? Im Professional-Bereich finden Sie unter der Rubrik Dienstleistungsmarketing Salonaufsteller und Einleger für die Menükarten.